11 Wechsel auf Leipziger Seite, einer auf Meuselwitzer. Und jetzt gekommen für Yves Brinkmann. Nee, nicht gegen Konate, sondern gegen Uber Meccano. Den kennen wir schon. Und der ist drin und der zählt. 2-0. Der RB-Trainer war Sebastian Hoeneß. Und jetzt versucht es Abu Shabaka hier schon wieder am Ball. Sich durchzusetzen. Und wer ist das? Abu Shabaka. Foulsen. Solche Fouls, das hören sie sofort. Empörung auf Leipziger Seite. Will man natürlich in so einem Benefiz-Freundschaftsspiel bei Allerhard noch ein paar Worte. Abu Shabaka. Nächste Chance. Also Yannick Haag. 22 Jahre alt, gerade erst geworden, in Ludwigshafen groß geworden. Hat mal in... Nämlich insgesamt elf in zwei Spielen. Unglaublich. Der Haag, wenn er so weiter trifft, dann erst hier angekommen ist zu einer ersten Trainingseinheit. Misslingt. Der, der Torschütze. Uwe Meccano auf Ballwechsel, Seitenwechsel auf Weinhardt und Weinhardt hat Tempo und versucht es gegen Abu Shabaka setzt sich durch die selbe lässt laufen Freistoß nach dem Foul von Felix Müller bringt also Erich Jeschke den 20-jährigen Bernardo zweite Saison für Leipzig und Sie haben vielleicht die kleine Geste von ihm gesehen hat sich 20 Spielen in der Bundesliga Bernardo, dessen Verpflichtung zur Pause gegen etwas müder werdende Mäusewitzer läuft es besser Schmitz Sabitzer Janik Haag Justin Hippe der Neue aus Berlin der hier gefordert war Augustin so viel Möglichkeit mit seiner Energie ähnlich stark wie Kater acht Tore hat er gemacht Marcel Sabitzer Ralf Rangnick sagt über ihn eine Pistole im Anschlag und das hat er in dieser Szene auch er, der das vorletzte Bundesliga-Tor der letzten Saison erzielt hat beim 2 zu 2 in Frankfurt Abu Chabaka im Zweikampf unter anderem auch gegen Real Madrid zweimal Augustin also der hat schon und damit wird der Druck im Sturm auf einen Paulsen und selbst auf einen Werner war natürlich immer größer Sie wollten den Kader gezielt verstärken für die Champions League gut möglich dass das gelungen ist Lupsch ist ausgewechselt der andere ist Pierre Abu Chabaka Erfolg und vor allen Dingen eine positive Marketingmaße den zweiten Strafstoß das ist Schmitz den macht er direkt und da ist keiner mehr mit Ausnahme von Sian der Pole Nachwuchs-Nationalspieler im eigenen Land war fast schon weg aus Meuselwitz aber Sabica hier ganz solide Abu Chabaka Demme Sabica Ausgeruhten Leipziger die komplett durchgewechselt haben gegen dann ermüdete und hätte er gerne das eine Tor gewollt wie Herr Sian schreit 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 hier bin